Was geht Leute? Willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich habe euch gesagt, ich fange an mit YouTube und heute bin ich da. Mein Name ist Steph Mensah und wir fangen heute an mit dem Trainingsvlog zu trainieren und fit bleiben in der Winterport. Also, wir sind jetzt im Auto, fahren jetzt zum Sportplatz, wo wir gleich meinen Jungen treffen, meinen Cousin, Yannick und seinen Kollegen Nevin. Mit dem werden wir trainieren. Das machen wir meistens so in der Winterpause, Sommerpause, wenn ich zuhause bin in Karlsruhe mit meinem Broski. Immer trainieren. Er ist mein Coach, er ist mein Mentor. Folgt mir Blackstar777. Sei leise, Mann. Mach schon Werbung für sich. Aber, ja, wir fahren jetzt hin und haben wir mit einer kleinen Session. Ich zeige euch jetzt einen Song von meinem Bro, Puffly. Ihr werdet ihn eh noch im Laufe der Zeit sehen. Wir machen einen Link in der Bio, oder? Genau, Link wird in der Bio stehen. Zu seinem Account, aber dieses Lied ist noch nicht mal draußen, also ihr seid die Ersten, wo dieses Lied hören. Uff, Aloha. Ja, Steph, was machen wir heute? Bro. Das ist alles dein Liefermann hier. Mr. Barcelona. Mr. Barcelona. Mr. Barcelona. Mr. Barcelona. Mr. Barcelona macht heute eine Szene. Ich bin Spieler. Ja. Wir Jungs sind Spieler. Wir machen das, dass der Coach fragt. Fert. Aber der Coach hat hier Probleme. Die Tasche gesagt, äh, yeah. Ein. Go. Wenn du Lachst, Lachst. Sprachen lernen, Babbel. Tennisplatz hier ist. Super Tennis hier. Gegeneinander. Mach dich am Arsch. Komm, Digga. Fußball Tennis. Fußball Tennis. Der Typ hat keine Chance. Erstmal fit werden. Erstmal fit gucken, dass sie uns so ausreden. Erstmal fit werden. Komm, egal wer hat. Egal. Erster Trickshot. Pass auf. Opa. So meine Jungen. Das ist mein Cousin. Schau bisschen ran, Mann. Ja? Big Baller. Das ist dein Kollege Neville. Mach schlechte Füße. Papa loves Mambo. Opa. Mama loves Mambo. Ja. Ja. Guck, Coach Wack schon. Macht euch ein bisschen warm. Ja. Macht in der Hundermütze. Äh. Jetzt nochmal wichtig vorstellen. Das ist mein Bruder. Ja. Super Tass. Das ist mein Bruder. Viele sagen, wir sehen gleich aus dem Kind. Das Radon. Schreibt in die Kommentare, ob wir gleich aussehen oder nicht. Er kann sich kurz so vorstellen und wir wehren uns jetzt auf. Wir laufen da rum, oder? Blackstarz177 folgt mir. Digga, du heißt Randy, Mann. Blackstarz177. Nice. Coach heute. Seht euch an. Die Jungs machen sich vor. Wir haben hier heute großes vor. Rechts, links. Zeig mal. Was haben wir hier? Ich bin noch in der Aufbau. Chillt einfach. Dann gleich. Oder dann bis gleich, oder? Ja. 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 Das muss man sehen. Ja. Er sagt der Torschuss. Er meinte der Torschuss. Das ist nur gelaufen. Das ist nur gelaufen. Aber so ist es immer gut. Er schaut mich schon an. Ja, ja, wir sind bereit. Ich bin tot. Ich freue mich nicht. Hat Spaß gemacht. Und du? Hat Spaß gemacht. Kaputte Beine. Wir haben alles dabei. Er sagt immer Technik, Technik. Aber da macht er immer seine... Guys, danke, dass ihr reingeschaut habt. Vielleicht beim nächsten Mal. Comment, Like, Subscribe. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, schreibt mir. Schreibt es in den Kommentaren rein. Wenn ihr was anderes sehen wollt, schreibt es auch rein. Aber was anderes wird sowieso noch kommen. Mein Bruder und ich werden anfangen auch vielleicht ein bisschen Twitch und so weiter. Schaut einfach rein. Like, Comment, Subscribe. Lass ein Abo da. Danke. Tschüss. Kill dir mal rein. Ahhhhh! You can't handle me. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.